Wir suchen für Sie den günstigsten, aber auch seriösen und soliden Energieanbieter. Mit uns klappt auch der reibungslose Ablauf des Anbieterwechsels. Der Energieverband Nordwest ist eine starke Gemeinschaft aus vielen Kunden. So bekommen wir spezielle Preise für Strom und Gas. Wir überwachen die Tarife unserer Kunden täglich. So verpassen Sie keine Fristen oder Preiserhöhungen und Sie haben persönliche Ansprechpartner. Untertitelung des ZDF, 2020